es macht richtig Spaß zu fahren hey und du bekommst mal wieder auf dem Video, ich werde gleich von diesem jungen Mann Hallo, einmal vorstellen für die Leute hier, okay ich muss dich nicht zensieren oder okay das ist super das ist die G650x Motor von BMW richtig auf 48 PS die sieht aus wie Glenn von The Walking Dead als er von Lucille einen über den Kopf gebraten bekommen hat, die Augen, sieht aber ganz nice aus welches Baujahr ist die? 2008 er sieht viel neuer aus gepflegt, mal guck an, die ist voll hoch auch wenn ich so vorne sitze dann komme ich ganz aber ey, yo, chill dich let's go der liebe Sascha fährt meine Maschine ne Runde und ich fahre diese hier, ey, die ist voll bequem zu fahren da hat man die Arme nicht so gestreckt wie bei anderen Maschinen, aber ich war schön vorsichtig weil es nicht meine ist oh, ich fahre voll untertourig puh die macht voll Spaß die hat gar kein Drehzahlmesser die hat gar kein Drehzahlmesser, glaube ich die macht richtig Spaß zu fahren ich fahre die, glaube ich, voll untertourig ist mir egal, ich hab meinen Spaß oh, da kommt eine S1000R entgegen schon ein schönes Teil, ey oh, da war die Hupe und nicht der Blinker zum Ausmachen man kann mit dem Ding so gut wenden, ne, aber ich bin das nicht gewohnt, dass ich so weit einschlagen kann dann bekomme ich immer Angst also kurvenwallern kann man mit dem Ding auf jeden Fall geht auf jeden Fall gut zur Sache oh, jetzt hab ich ein bisschen sehr hoch, äh, egal, ein bisschen hochtourig runtergeschaltet man merkt die Huckel überhaupt gar nicht so bequem zu fahren juhu das war's ein geiles Teil ey, ich finde ehrlich gesagt das macht fast mehr Spaß als die SMCR zu fahren das macht richtig Laune also, der Schlüssel, das nervt mich hier ein bisschen der Schlüssel steckt, ist doch ein bisschen beschissen Alter, das macht Spaß das Teil macht mehr Spaß als die SMCR das macht viel man fühlt sich da viel besser drauf als auf der SMCR weißt du, was das mal mit Deiner gemacht hat? was? hast du die Knie geschnitten? ja, top die fährt sich richtig geil, oder? ja dafür, dass die so die Leistung ist halt echt ja 48 PS, was willst du machen, ne? und die Bremse Alter, ich bremste hallo machst du ein bisschen was? ich hätte da so ein bisschen Panik musst du fester ziehen aber ich muss den Hebel auch noch zusätzlich und Bremsbeläge müssten auch runter sein fast und was mein Problem war die Kupplung ist für meine Hände viel zu weit weg ich weiß nicht was hast vielen Dank darf ich nicht willst du meine fahren? darfst du nicht, aber willst du? ne, das lassen wir lieber ich kann mit dem Ding auch nicht hin ok gut, dann hoffe ich euch hat das Video gefallen mit dieser schönen Maschine ey Nadine, den Aufkleber brauche ich auch noch den Gehörschutzaufkleber, geil lasst dem Video einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Modovlog heute tschüss Nadine mit einer denجensten den Gehörschutzaufle die